Guten Tag, hier ist wieder euer Omni mit einem Video zu Conquest of EO Spellforce und diesmal geht es um die Erweiterung Demon's Scourge, wo wir viele neue Abenteuer erleben können, vor allem eine neue Klasse und zwei neue Fraktionen und Bosskämpfe und die möchte ich einfach mal in so einem kleinen ersten Lichtblick einmal vorstellen, vor allem die Klasse natürlich und auch so eine kleine Meinung dazu geben, wie das Ganze sich innerhalb von Spellforce Conquest of EO anfühlt. Wenn ihr generell neu in Conquest of EO seid oder noch ein paar Tipps braucht, wie man vielleicht das doch manchmal herausfordernde Early-Game überstehen kann, könnt ihr oben rechts klicken auf die Playlist, da findet ihr erstmal einige Tutorials, die ich bereits gemacht habe, um die Grundlagen zu lernen und vielleicht auch erstmal eine Überzeugung zu bekommen, will ich dieses Spiel spielen, ist das was für mich, will ich mich da rein fuchsen oder eben nicht. Und ansonsten wisst ihr, was ihr zu tun habt, Like, Abo gerne, das hilft mir immer, das weiterzumachen und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, aber hauen wir jetzt einfach mal rein. Um einfach mal die Fakten festzuhalten, was uns denn das neue DLC bringt, können wir einfach mal auflisten, was es alles Neues gibt. Wir haben zwei neue Fraktionen, die Dämonen und die Trolle. Wir haben einen neuen Mage-Type, also neuen Archetypen, eine neue Klasse, den Dämonologisten und wir haben eine neue Zauberschule und zwar den Okkultismus. Passt ja auch ganz gut zu allen drei Dingen, würde ich sagen. Wir haben insgesamt 25 neue Einheiten und vor allen Dingen haben wir neue Bosse, die einen ziemlich auf die Nerven gehen. Die Dämonenlords, die sind extrem stark. Ihr seht im Hintergrund einen Kampf, wie ich ging, so einmal relativ, naja, früh nicht, aber mal gekämpft habe, man guckt hat, wie das ging. Konnte man eigentlich ganz bewältigen, ist aber natürlich eine Herausforderung, gerade für Anfänger und es verpestet drumherum das Gebiet, wie ich euch gleich mal zeigen werde, damit die Einnahmen von euren, ja, Landmarks, also euren Wahrzeichen immer geringer werden. Außerdem haben wir 120 plus, also ungefähr 120 neue Abenteuer mit stundenweisen neuen Quests. Also wer auch da gerne den Rollenspieler macht oder generell die Quests genießt, die Texte, hat auch da viel zu tun. Außerdem haben wir 30 und mehr neue Promotionen, was noch mehr Vielfalt bieten soll. Generell habe ich bisher noch nicht viel zu gesagt, sind Promotionen in diesem Spiel natürlich super cool und können massiv, wenn ihr die gut levelt, die Einheiten, ein Spiel verändern. Von daher ist da immer willkommen, wenn man ein neues hat. Dann haben wir zwei neue Siegbedingungen. Ihr habt ja immer so eine gewisse Auswahl-Siegbedingungen, die werden hier um zwei ergänzt und ich denke, ihr müsst noch immer die drei Siegbedingungen wie vorher auch machen. Und ihr habt 25 neue Räume in eurem Turm. Nein, das stimmt nicht ganz, sondern ihr habt neue Räume in eurem Turm und ihr habt Erweiterungen. Und insgesamt sind das dann 25. Das wird dann wahrscheinlich so auf fünf Gebäude oder vielleicht auch, sagen wir mal, sieben Gebäude hinauslaufen. Und der Rest sind natürlich dann Erweiterungen. Also ihr habt jetzt nicht 25 neue Räume tatsächlich. Wichtig ist natürlich immer Preis-Leistung. Was wir jetzt alles geboten haben, ich sage einfach mal, ohne Angebot sind wir bei 13 Euro. Momentan könnt ihr es noch für 11,60 Euro oder sowas bekommen. Ich finde es sehr gut, ich finde es sehr viel. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ihr habt jetzt mal die Liste vor euch nochmal gesehen und könnt euch den Preis dann mal zergehen lassen auf der Zone und mal überlegen, was bei anderen großen Spielen denn einen ähnlichen Aufwert hat und ähnlich viel Inhalt bietet. Vor allem reden wir hier ja nicht von einer großen Firma. Und nein, ich bin nicht gesponsert. Dafür bin ich viel zu klein, falls ihr das glaubt. Doch wir wollen ja jetzt nicht zu lange darüber reden, was alles drin ist und so weiter. Wir wollen es uns natürlich anschauen. Ihr seht im Hintergrund gerade, wie ich den Boss töte. Und zwar hieß der irgendwie Kaul oder so. Die haben natürlich die klassischen kombinierten Dämonennamen. Spellfoss ist ja auch ein gigantisches Universum. Das heißt, es ist nicht aufgesetzt, sondern es ist tatsächlich eben ganz gewollt, dass diese Dämonen drin sind. Die sind auch immer in den alten Spellfoss-Spielen, die ja anders waren, drin gewesen. Von daher cool, dass sie das nochmal so als Spezialisierung genommen haben. Der Bosskampf war spannend. Jeder Bosskampf ist auch anders. Ich hatte jetzt gerade, das war ja so ein Phantom-Meister, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Der andere, den ich gesehen habe, war so ein Seuchentyp aller, wie heißt er noch bei Total War? Nurgle, genau. So einer. Das sind halt die Monster, die man da finden kann. Ihr seht, dann kriegt ihr ordentlich Belohnung. Ihr kriegt sogar Zirkelruf dazu, was nicht unbedingt uninteressant ist, weil Zirkelruf bedeutet natürlich, dass euch die KI-Gegner nicht so schnell angreift. Es lohnt sich also auf jeden Fall, da mal zuzulangen. Ihr kriegt dann halt, wie gesagt, so ein Dämonen-besessenes Gefäß. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Und das könnt ihr euren Helden geben. Ich habe es tatsächlich als Rezept oder als Zutat benutzt, weil es drei, Ausrufezeichen, drei zusätzliche Ressourcen-Slots gab für alle Ressourcen, die er hinzufügt. Von daher recht mächtig. Ja, hier seht ihr den Kras-Alguh nochmal. Der Kras-Alguh kriegt genauso wie unser Phantommeister irgendwie Hilfe. Hier sind es die Sklaven, die er bekommt, die ihm dann helfen werden im Kampf. Und natürlich versuchen wir euch zu überwältigen. Das hier ist eher ein sehr starker Nahkämpfer, der eben war eher ein Mager. Ich glaube tatsächlich, dass der hier nochmal schwerer wäre zu überwältigen. Das wird sich dann aber nochmal zeigen. Habe ich jetzt bisher noch nicht gegen gekämpft. Was wir dann noch sehen können, ist das, was ich eben meinte mit der Korruption. Wenn ihr die Dämonen-Lots nicht besiegt oder mit denen Pakt eingehen könnt, oder irgendwie, also verbündet oder Feind ausmacht, dann seht ihr, dass diese Wahrzeichen hier alle verschmutzt werden oder halt dämonischen Einfluss korrumpiert sind. Und dadurch seht ihr, dass die Einnahmen dadurch runtergehen. Ich hatte jetzt durch den Pill, sage ich jetzt mal, zum Beispiel von dem Dämonen-Lort, nämlich dass man endlich mal einen großen Allfeuerknoten befreien kann. Was dann eben auch eine extra Mechanik ist, wo ihr nochmal drauf achten müsst. Ist natürlich wieder eine sehr gemeine Mechanik, aber das ist ja eigentlich ganz cool. Da wird wieder neu herausgefordert. Das Spiel lebt ja von seinen Erkundungsherausforderungen in meinen Augen. Von daher ist das schon ganz gut. Aber es ist natürlich wieder eine neue Herausforderung für gerade neue Spieler. Und ich war auch im ersten Moment erstmal so, was passiert hier gerade? Jetzt habe ich ernsthaft die Hälfte meines Knotens nicht? Weil da irgendein Dämonen-Lort und der hat halt viel Stärke. Und man muss das Spiel schon kennen, um den zu besiegen. Man muss auch weitergekommen sein. Und der erste kam relativ früh, also relativ. Das ist schon nicht ohne. Da muss man mit klarkommen. Naja, aber lassen wir das auch mal. Gehen wir mal zum Kerngeschäft. Die Bosse sind ja nett, aber alle wollen natürlich wissen, was kann eigentlich die Klasse? Das ist das Video, was ich erstellen will. Was kann sie? Ich bin da nicht perfekt durch. Ich habe ja leider auch noch so ein Leben und musste viel arbeiten. Aber ich habe schon mal ordentlich gezockt, damit ich so einigermaßen Eindruck kriege und euch den schon mal mitzuteilen, falls ihr noch unsicher seid, ob ihr es kaufen sollt oder nicht. Ein paar erste Kniffe vielleicht, wobei ich sagen muss, dass mir das noch ein bisschen schwieriger fällt, als jetzt beim Alchemisten, wo ich ganz klare Tipps geben könnte, wie ihr den spielt. Also, was haben wir? Wir haben natürlich immer unser Handwerk. Das ist ja ganz klar. Und zwar haben wir folgende Mechanik. Sehr cool. Auf jeden Fall schon mal vorneweg, dass man sich da was Neues ausdenkt und nicht beim Alten bleibt. Und das muss dann jeder für sich entscheiden, ob es gefällt oder nicht. Es ist auf jeden Fall, und da glaube ich, kann man sich sehr einig sein, eine Klasse, die am Anfang sich schwieriger spielen lässt und glaube ich, mit der Zeit immer mehr zunimmt an Spielspaß, kann man nicht sagen, sondern tatsächlich am Nutzen. Der Nutzen ist auch früh da, aber in meinen Augen nicht ganz so stark, wie er halt bei anderen Klassen, sage ich jetzt mal, Alchemist zum Beispiel ist. Das ist also ähnlich wie beim Zauberschmied, würde ich jetzt behaupten, aber da können mich natürlich auch gerne Leute korrigieren. Ja, was haben wir? Wir erstellen jeweils niedere Dämonen. Und diese niederen Dämonen, könnt ihr euch hier mal angucken. Ich habe alle freigeschaltet, damit ihr die mal alle sehen konntet. Ich gehe die jetzt natürlich nicht einzeln durch, sonst wären wir alle wahnsinnig. Das könnt ihr selber mal schauen. Ihr macht also jeweils Kombinationen hier, wie ihr seht. Ich kann einfach mal drüber hauern für ein paar, falls ihr mal stoppen wollt. Und ihr könnt dann halt diese Kombination, wie immer natürlich, aus euren Ressourcen herausgewinnen. Wichtig ist, ihr wählt aber am Anfang immer ein Kult. Kulte könnt ihr auch neu freischalten, erkläre ich auch gleich. Aber nehmen wir jetzt mal, den Basis-Kult habe ich glaube ich sogar schon geopfert. Nehmen wir einfach mal diesen Kult. Das heißt, ihr habt einen von diesen Kult, diesen gesichterten Porträts, wie auch immer. Die werden nicht verbraucht. Das steht auch extra da. Und ihr habt dann eben verschiedene Fähigkeiten. Hier zum Beispiel Kult des Frostwebers, oder der Frostweber hat eine Fähigkeit, dass ihr minus zwei Rüstungen verursacht. Hat dann auch jeweils seine verschiedenen Sphären, also hier Astral und Tod. Während zum Beispiel der andere, den ich sehr cool finde, cool von Morduin, hoffentlich richtig ausgesprochen, hat für alles Fähren eins dazu. Das heißt, ihr könnt sehr einfach auch diese ganzen Dämonen produzieren und noch eine Rüste und plus 100% Seelengewinnungschance, was eigentlich eine ganz coole Geschichte ist, weil ihr Seelen natürlich hauptsächlich braucht, um halt, naja, hier die Fähigkeit, ihr freizuschalten, ehrlich gesagt. Aber ist ja wurscht. Ihr könnt auf jeden Fall hier dann eure Sachen einfach hinzufügen und kriegt dann relativ schnell diese einfache Seelen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Seelen hättet und hier nochmal die Materie reinbaut, ohne dass ihr jetzt, wie ich, wie ein Idiot, nicht so intelligenter Mensch, nochmal Tote reingemacht hätte, so wie das, dann habt ihr zwei Materien, kriegt ihr die Level 2 Rune direkt. Normalerweise kriegt ihr nur die Level 1 Rune, ups, Entschuldigung, oder Rune der niederen Dämon. Ich sage jetzt Rune, aber niedere Dämon. Hier erkläre ich gleich, warum ich Rune sage. Ja, der wäre der Level 1. Ihr müsstet dann verschiedene Bedingungen erfüllen. Ganz einfach Kämpfe jetzt zum Beispiel gewinnen und dann würde das nächste Level freigeschalten und noch mehr Kämpfe gewinnen. Das nächste Level. Das kann sich variieren. Manchmal müssen es Level Aufstiege sein von den Einheiten, die besessen sind. Hier sind es halt jetzt Kämpfe. Inzwischen hast du mal minus 100% Erfahrung. Das ist, glaube ich, jetzt lass mich mal gucken, das Paradox. Genau, minus 100% Erfahrung. Aber wenn man es halt schafft mit den fünfmal aufzuleveln mit dem Wirt oder achtmal insgesamt kommt man auf Level 3 und das ist schon ziemlich extrem krank, was man da bekommt. Denn dann tötet ihr einfach alle Gegner unter 75% HP mit gleichen oder niedrigeren Rang. Das heißt, habt ihr eine T3 Einheit, killt ihr einfach alle T3 Einheiten, wenn ihr so ein bisschen angekratzt habt. Aber ihr müsst natürlich erst mal mit minus 100% Erfahrung zu diesem Level 3 kommen. Aber ist natürlich eine coole Mechanik, weil das was Neues bietet, wo man darauf hin zielen kann. Und ihr könnt es natürlich auch, wenn ihr es schafft, alle drei Sphären auf drei zu kriegen hier. Tod, Barterium und Astral. Dieses Ding auch ohne das Level kommen. Und dann habt ihr natürlich ein absolutes Powerhouse. Und das ist was ich meine, das kriegt man aber erst spät. Das kriegt man wirklich, wirklich, wirklich spät. Das kriege ich zum Beispiel jetzt noch gar nicht hin. Das heißt, das ist natürlich sehr cool, aber da muss man erst mal hinkommen. Aber sonst könnte es halt natürlich auch auf Leveln, indem man Einheiten tötet, Kämpfe gewinnen und so weiter. Und ja, wie macht ihr das Ganze? Wie geht das mit den Kults? Gehen wir einfach mal auf Windhorpe. Windhorpe ist schon infiziert oder infiltriert, Entschuldigung, das ist ganz einfach. Ihr habt eine Kultisten-Einheit, die könnt ihr auch nachher bauen, am Anfang noch nicht. Am Anfang kriegt ihr aber eine Schuhe bereitgestellt, ähnlich wie die Gehilfen bei Alchemist und so weiter. Die bringt ihr einfach neben die Stadt. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Ihr stellt die daneben und dann drückt ihr auf Kult infiltrieren oder Kult ansetzen, wie auch immer. Und dann nach zwei Runden habt ihr von einem Kult infiltriert hier unten stehen. Kriegt erst mal Ruf dazu, was sehr cool ist. Habe ich euch ja schon mal gesagt in den Videos. Guckt es euch an, wenn ihr es euch getan habt. Egal. Das heißt, ihr kriegt halt schon ein bisschen Ruf und ihr kriegt halt ein Kult. Und der Kult von Windholm war halt das, was ich euch eben gezeigt habe. Dieser hier, ich spreche nicht schon wieder aus. Das wäre der mit den vier verschiedenen Sphären, die automatisch zugefügt werden. Der hier, den Kult des Frostwebers, bekommt ihr dann aus der anderen Zwergenstadt die Silbertrieb-Höhlung. Oh mein Gott. Damit habt ihr immer die Möglichkeit, in jeder Stadt so ein bisschen Pokémon zu spielen und euch alle zu schnappen. Und jeder Stadt hat eine andere Fähigkeit. Jedes hat seinen Vorteil. Jeder Kult kann irgendwelche speziellen Eigenschaften. Da gibt es natürlich pro Stadt dann jeweils einen. Ihr müsst halt immer einen Kultisten hinbringen und dann bekommt ihr diese Vorteile. Ja, und das wären ja schon zwei recht interessante Mechaniken. Ein ganz anderer Angang natürlich für die anderen Klassen, was natürlich super ist. So sollte es sein, wenn man was Neues entwirft und nicht immer denselben Driss bitte machen. Aber ihr seht vielleicht oben, weil ihr seid ja schlau, natürlich noch dieses Symbol. Es gibt sogar noch eine Mechanik. Die schaltet ihr frei, wenn ihr nachher im Turm die Verschmelzungskammer freigeschaltet habt. Dafür müsst ihr Fortschritt in eurem klassischen Klassenbuch haben. Dann kriegt ihr den Kultisten freigeschaltet und die Verschmelzungskammer. Und in der Verschmelzungskammer, da könnt ihr wiederum Sachen tun, die ganz nett sind. Und zwar Dämonen, also eure kleinere, niedere Dämonen verschmelzen. Ihr braucht für die optimalen Nutzung zwei Erweiterungen. Die habe ich hier schon mal eingebaut, um das einmal zu zeigen. Hiermit könnt ihr den Kultslot freischalten und den Dämonen-Schlot freischalten. Und zwar gehen wir dann auf dieses Menü hier oben, Verschmelzung. Ihr könnt jetzt, das ist ziemlich cool, finde ich auch wieder, ihr könnt jetzt ein Artefakt hier reinhauen, das seht ihr unten rechts. Dann könnt ihr jetzt zum Beispiel ein Kult hier reinhauen, um den Kult zu verändern. Das wäre jetzt zum Beispiel hier der Fall, dass wir den Kult auf dem Schild verändern. Bringt uns nichts momentan, weil ja, was haben wir für ein Dämonen drin? Nichts. Das heißt, wir würden jetzt einfach nur die Fähigkeit des Kultes hinzufügen. Ist nicht ganz so wichtig. Was wichtig ist, ihr könnt das Artefakt, dieses Schild hier rein tun und dann folgendes tun. Und zwar könnt ihr hier einfach niedere Dämonen hineinsetzen. Diese niederen Dämonen, die werden dann in dieses Artefakt hineingebracht, was ziemlich cool ist. Also so, als ja die besessen wurden und dann seht ihr unten das Ergebnis. Statt dass ihr diese Fähigkeiten habt, also Rüstung, Schild tragen, bekommt ihr Rüstung, Schild tragen und alle Fähigkeiten, die erstens der Kult geboten hat, womit ihr diesen Gegenstand gebaut habt und zweitens, was halt das momentane, die momentane Seele oder der momentane Dämon besitzt. Das heißt, das kriegt ihr da nochmal dazu. Je höher das Level dann eurer Seele ist, also hier zum Beispiel Level 1 und Level 2, werden wir einmal sehen, bekommt ihr auch alle Fähigkeiten zu. Jetzt wäre es erstmal flankierende Angriffe, plus 3 Schaden, haben wir hier. Nehmen wir Level 2 davon, kriegen wir flankierende Angriffe, plus 3 und plus 3 Gold als zusätzliche Beute nach jeder Schlacht. Je höher eure Seele ist, desto besser wird der Effekt auf euer Artefakt. Und jetzt kommt noch eine Mechanik, die ist natürlich auch nochmal cool. Ihr könnt also Kult hier ändern auf den Artefakt, ihr könnt eure Seele hinzufügen, Dämonen, mein Gott, oder ihr könnt Dämonen verschmelzen. Und jetzt wird es halt ein bisschen abgespaced, gucken wir uns zum Beispiel mal diese beiden, der Geier des Morduin an. Allein natürlich schwach und jetzt boom, kommt ein größerer Dämon. Es ist nicht mehr ein niederer Dämon, ein größerer Dämon. Ziemlich cooles, deswegen auch Huhensystem, so ein bisschen Upgraden der Huhnen. Ihr habt hier nämlich jetzt auf einmal eine neue Fähigkeit, um Herstreifen, wodurch ihr euch teleportieren könnt, was natürlich vorher gar nicht da war. Ihr kriegt 6 Schaden bei flankierenden Angriffen, was natürlich durchs Teleportieren genial ist und habt halt dann noch den Vorurteil eures Kults. Und jetzt könntet ihr das daraus machen, wenn wir jetzt Mana hätten und das wiederum auf den Gegenstand hinzufügen. Oder ihr könnt jetzt einfach sagen, ich nehme jetzt mal dieses Tourist des neuen Zeitalters und diesen anderen Geier und guckt mir, aha, der Seher des neuen Zeitalters. Also auch wieder das. Direkt wieder Neues dazu. Ihr habt eine Option mit dem Stufenaufstieg und ihr kriegt halt natürlich einen Schaden dazu. Das kombiniert sich so. Also auch sehr cool. Ihr habt hier mehrere Möglichkeiten, nochmal neue Dämonen zu verschmelzen. Ich kann euch einfach mal ein paar Sachen zeigen. Der Archon und dann wird da wieder ein anderes dazu. Die Fähigkeiten werden also kombiniert. Und ihr kriegt dann noch, wie hier zum Beispiel, auch wieder eine richtig coole Fähigkeit Kälteeinbruch dazu, die allen Feinden innerhalb von zwei Radios halt Erfrierungen zufügt und Schaden zufügt. Und das könnt ihr so natürlich mit allen durchführen. Ich werde das jetzt natürlich nicht überall machen. Ich könnte nochmal hier die Dicken vielleicht zusammenfügen. Da haben wir zum Beispiel das Eligma des Moors und so weiter. Da guckt mal, was ihr da alles bekommt. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht über alles reden. Das würde ein bisschen zu weit führen. Dafür müsste man das, müsste ich es auch tatsächlich noch besser kennen. Ihr seht natürlich, die Mana-Kosten steigen auch, je hochwertiger die jeweiligen Dämonen sind. Wichtig ist, habt ihr einen von den größeren Dämonen erstellt, könnt ihr die nicht auf euer Gegenstand tun. Oben sind nur Slots für niedere Dämonen. Das heißt, ihr könnt nur die normalen Fähigkeiten freischalten. Die großen Dämonen könnt ihr, und da kommen wir zum letzten Punkt, auf eure Einheiten hinzufügen. Jetzt bin ich natürlich hier bei einer Einheit, zum Beispiel diesen Goblin oder hier diesen Troll. Den zeige ich euch gleich natürlich auch nochmal. Und dann seht ihr hier all eure Runen, Dämonen, mein Gott. Und diese Dämonen könnt ihr jetzt zufügen. Müsst vorher den Verstand brechen. Dafür braucht ihr immer so bestimmte Ressourcen. Und dann könnt ihr hier ganz gemütlich, ihr seht wie viel die teilweise bieten oder was die Fähigkeiten alles auslösen, schon sehr krass. Und könnt dann zum Beispiel jetzt diesen großen Königsgeier des Morduinen den Troll hier geben. Das würde zu ihm auch ganz gut passen, weil er ein flinker Nahtkämpfer sein soll, der so ein bisschen Trut ausnutzen kann. Da kommen wir auch nochmal zu. Und dann hat er diesen Dämon drin. Wenn der stirbt, diese Einheit, dann kriege ich diesen Dämon auch wieder zurück. Das ist also nicht wie bei den Glyphen, sondern diese Einheit oder diesen Dämon bekomme ich dann wieder. Sobald ihr also so größeren Dämon gemacht habt, habt ihr den für immer. Was ziemlich, ziemlich cool ist. Und das ist die gesamte Klasse. Ich habe auch natürlich noch das Urkutistenbuch zuvor aufgerissen. Also die vier Seiten, die ihr bekommt. Wir können mal ganz, ganz, ganz kurz, damit es nicht noch länger wird, drauf eingehen. Ihr habt dämonische Waffe, damit ich kriege hier mehr Schaden gegen höhere Ränge. Das ist ganz cool. Finde ich nicht schlecht. Opfer Ritual ist eigentlich euer essentieller Zauber, um Gegenstand zu generieren, wenn ihr sie selber nicht bekommt. Tötet einfach eine Einheit, wie ihr seht, und das Artefakt wird dann besser oder schlechter. Schwörungskreis kann so neutrale Gebiete einnehmen. Auch noch vielleicht ein Highlight ist das hier, Chaos Altar. Ihr habt vielleicht gesehen, dass ich hier Dämonen rekrutieren kann, Kernbewohner und gehörnte Bestie. Beides ziemlich coole und vor allem auch cool aussehende Monster. Die könnt ihr durch diesen Zauber halt halfway rufen, wenn ihr nämlich einen Schrein korrumpiert. Das kann ich euch hier zeigen. Ihr habt jetzt gesehen, ein Chaos Altar, dann wird er nicht mehr zum Leben. Mana Altar, dann gibt es auch noch drei Allfeuer und ihr kriegt dann auch noch schön Dämonen zu beschwören. Was natürlich auch eine sehr, also das finde ich eigentlich die beste Fähigkeit in meinen Augen bisher. Opferbeschwörung ist auch noch okay, da könnte einer töten, kriegt halt dann Kernbewohner. Das hier, verdammene Heiligtum, kann ich noch nicht so sagen, ist aber eines das erste Gebäude, was wir hier bekommen. Kriegen einen Schutz vor Gut für einen Kampf, da haben wir Weiß, Schutz, habe ich auch schon mal erwähnt und so weiter. Finde ich auch alles, ich habe vier Seiten, jeweils vier Zauber, also 16 neue Zauber hier, die man hier finden kann, nur in diesen Seiten. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall was Neues. Ich würde trotzdem noch immer Wächterseite als Erste mitnehmen, einfach wegen Heiligschaden oder Weissschaden, was extrem stark ist. Aber hier bietet auf jeden Fall diesen Spielstil, bietet sich hier viele Möglichkeiten, mit dem Opferen und diesem Verbrennen und Verderben. Ist echt thematisch auch sehr, sehr gut gemacht. Ich gehe nur ganz kurz mal als Beispiel jetzt hier das verbotene oder das verdorbene Heiligtum, was man da freischalten kann. Ihr seht, da könnt ihr Pakte eingeben mit den Dämonen. Die ist ganz nett. Ihr kriegt drei Eilfeuer, glaube ich, und drei Gold dazu. Also auf jeden Fall die zwei Eilfeuer und zwei Gold. Und könnt euch dann auch so, wie wollt ihr einen Pakt eingehen. Gibt immer einen Benefit und immer einen Malus halt, immer einen Buff und einen Malus, sodass ihr halt das aufwiegen könnt. Ist auf jeden Fall ganz nett und thematisch natürlich wieder super. Und diese Bücher könnt ihr, und das ist ja auch wichtig, auch mit allen anderen Klassen wählen. Ihr müsst es nicht nur als Dämonologe oder als Dämonenbeschwörer das haben. Ihr könnt das auch mit den anderen Klassen nutzen. Ja, dieses Video, wie immer, ich kenne mich ja, wieder viel zu lang ist, für das, was ich eigentlich jetzt sagen will. Aber man muss ja auch Details besprechen in meinen Augen. Ich weiß, das sind die meisten nicht mehr so drin, aber es ist halt ganz wichtig. Wir haben hier viel zu bieten und ich finde, da sollte man sich auch die Zeit nehmen, sich das anzuschauen, um das Ganze auch wertschätzen zu können. Ja, und dann haben wir hier einfach die Trolle. Ich zeige euch einfach mal die Trolle. Es gibt auch noch viele Dämonen, die neue sind. Die kann ich vielleicht gleich unten in meinem Wispa zeigen. Aber gehen wir einfach mal auf die Trolleinheiten ein, gucken wir uns die mal an. Ich finde die erstmal vom Style her super cool. Trolle gab es ja auch schon bei Svelforce in den frühen Spielen. Also auch das passt sehr gut. Ich meine, ihr könnt euch anschauen. Die haben jetzt zum Beispiel diese Anhänger von Muk, weil da kriegen die auch keinen, das ist wie Anhänger einfach. Keinen Unterhalt. Der hier zum Beispiel ist einfach natürlich eine richtige Kampfsaus. Klar ist ein Trolle. Brauche ich nicht viel zu zu sagen. Dann gibt es diesen Kannibalen, den ich euch eben gezeigt habe. Den würde ich gerne mal zeigen. Der war hier unten. Der Kannibale ist halt so ein Typ, der halt Fleischopfer ausführen kann, die Leichen verspeisen kann, dadurch halt diese Fleischopfer durchführen kann. Und so Blutbart halt liebt. Das ist schon sehr cool thematisch auch. Ich finde, der sieht auch sehr cool aus. Ihr habt einen neuen Trollhelden. Morgak. Da kann ich auch noch nicht so viel zu sagen. Will ich auch gar nicht. Ist ja storytechnisch natürlich dabei. Da müsst ihr einfach selber gucken. Auch natürlich ein Nahkampfbestie. Ist klar, ist ein Troll. Wichtig, jede Trollhallein hat minus 40% elementare Schwäche. Sollte man dann also ausgleichten oder zumindest darauf achten. Und dann habe ich noch in dieser Armee halt die ganzen anderen. Wir können nochmal alle durchgehen. Ein Rambuk zum Beispiel hier auch. Hat eine Schockwelle jetzt als Fähigkeit, was sehr cool ist. Alles Nahkampf. Auch das hier ist halt eine Nahkampffähigkeit. Ihr seht, das bietet einiges hier, was wir hier finden. Der ist zunächst langsam, weil er halt eine schwere Waffe hat. Natürlich. Und so weiter und so fort. Ihr habt auch Arbeiter von den Trollen. Das habe ich jetzt auch bekommen, weil ich diese Trolle halt jetzt in meiner, das ist durch so eine Story, kommt dieser ganze Kult zu einem, hat Vor- und Nachteile und gibt halt vor allem Troll-Einheiten. Da habt ihr die Arbeiter, die auch Bergbau betreiben können, auch kostenlos sind natürlich. Und andere Einheiten. Alles natürlich Nahkämpfer. Ich glaube, das ist noch einer, der einen Fernkampf hat. Genau, der kann das einmal schmeißen. Das ist auch okay. Ist aber nur ein einmaliger Angriff. Aber trotzdem cool. Sieht auch wieder super aus. Gefällt mir alles sehr gut, diese Fraktion. Ich kann aber schnell gucken, ob ich noch einen Dämonen finde, neuen. Dazu, ich begebe mich da auf ganz dünnes Eis. Ich nicht mehr weiß, welche Dämonen schon alle existiert haben, weil die sich so ein bisschen bluren. Aber ich meine, dass der Gargoyle neu ist. Ah, könnte mich korrigieren, wenn es falsch ist. Der Schwärmer meines, also ich habe ihn als neu empfunden, mit Magen und Metalen geschossen. Gedankenschlag, meine ich, ist auch neu. Gifras, glaube ich auch. Aber es sind zumindest thematisch die Einheiten auch von den Bossen, die wir da gesehen haben. Der hier ist der Seuchenfürst. Das wäre halt dieser Mentalist, sage ich mal, dieser Gedankenschinder. Und da gibt es natürlich noch ein paar mehr. Die kann ich jetzt aber nicht mehr ganz so aufdecken. Ihr seht aber einfach nur, ich finde halt, diese Designs sind halt so oder so wirklich toll. Also wenn ihr euch das auch Spaß macht, einfach mehr Zeug ins Gesicht zu bekommen und das euch wirklich das Leben ruinieren kann, dann ist es auf jeden Fall genau euer Ding. Ihr habt ganz viele neue Fähigkeiten, die hier benutzt werden können und die euch wieder ärgern können und die aber auch selber nutzen können. Das ist schon sehr, sehr thematisch. Also das ist eine sehr gute Sache. Ja und das war es dann eigentlich mit dem Video. Ist natürlich wieder länger geworden, aber ich denke, der Eindruck ist einfach wichtig. Das ist jetzt kein Review. Ich finde einfach, die Menge an sich schon mal ist sehr cool. Baut sich auch thematisch sehr, sehr gut ein. Einfach. Das solltet ihr aber natürlich für euch selber entscheiden. Ich hoffe, ich konnte euch einfach mal einen Eindruck geben, was das ganze Kerl hat euch in Mechaniken vorgestellt. Ich glaube gerade dieses Dämonen einpflanzen in schwächere Einheiten und da halt irgendwelche Tricks gucken ey, wie kann ich Fokus maximieren? Den Nahkampfschaden maximieren? Wie kann ich den zu richtigen Bästchen aufbauen? Ich glaube, dass das einige schon sehr, sehr kitzeln kann und mich auch tatsächlich. Wobei man da auch wieder Zeit baut. Aber es ist ja das Coole an Spellforce, Conquest of Eero, dass man Zeit baut, sich da rein zu binden. Auch wenn man manchmal vor Frustrationen die Maus gegen den Bildschirm schmeißen will. Aber gerade wir als Strategiespieler wollen das ja auch manchmal, um halt getriggert zu werden, um halt das zu maximieren, zu minimieren, also Min-Max, Entschuldigung. Das ist natürlich eine sehr coole Stärke und ich glaube mit dem, mit der Erweiterung, mit dem Umfang, den man da auch hat, hat man sehr viel erreicht. Schade ist natürlich, und das möchte ich schon, auch wenn es kein Review ist, erwähnen, dass wir hier keine neue Karte haben. Also, ich weiß halt nicht, ob sie da nicht eine Chance vertan haben, aber naja, ich mache doch irgendwie ein Review. Das ist halt sehr traurig. Egal. Für die Leute, die mir noch zugehört haben, bis hierhin habt ihr diese Information auch nochmal mitbekommen. Zufallskarte, wer hat einfach göttlich oder zumindest eine zweite Karte, eine dritte Karte, weil dann wäre das Spiel wirklich mit in den Top 5 der besten Strategiespiele in meinen Augen schon allein wegen dem Gratis-Polishwins und der Frustration gerade auf höherem Schwierigkeitsstufen. Egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ihr wisst, was ihr zu tun habt.